Unser Sponsor der heutigen Folge ist Blinkist und wie du weißt, bin ich vor kurzem Papa geworden und habe jetzt nicht mehr so viel Zeit zum Lesen. Aber hier bietet mir Blinkist eine hervorragende Lösung. Blinkist bringt mir die Kernaussagen von mehr als 5500 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf mein Smartphone. Das ist natürlich jetzt optimal für mich, wenn ich zum Beispiel mit dem kleinen Spazieren gehe oder beim Einkaufen bin. Das Schöne, die Zusammenfassung der Kernaussagen dauert gerade mal 15 Minuten und hilft mir, neue Perspektiven zu entdecken und meinen eigenen Horizont zu erweitern. Die mehr als 5500 Titel kommen aus 27 Kategorien. Mein liebster Blink ist aktuell aus der Kategorie Marketing und Vertrieb und ist der Blink zu Manipulationsversuche erkennen und dich dagegen wehren. Die Psychologie des Überzeugens. Aber auch andere Kategorien sind natürlich hilfreich, wenn ich in verschiedene Branchen mich einlesen möchte für zum Beispiel ein potenzielles Investment. Ganz getreu natürlich nach dem Blinkist Motto in 15 Minuten verstehen. Es gibt aber noch weitere tolle Features, nämlich Blinkist Connect. Hier teilst du dann zum Beispiel dein Premium Account mit noch einer weiteren Person. Hast du jetzt Lust auf mehr und möchtest Blinkist ganz unverbindlich sieben Tage lang kostenlos testen und dazu noch 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium, dann gehe jetzt auf blinkist.de slash Aktienpodcast. Nochmal auf buchstabiert blinkist.de slash Aktienpodcast. Natürlich findest du herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp. Und ich bin immer noch Marcel. Herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 213. Lieber Philipp, heute haben wir einen Gast, den wir schon mal da hatten in unserem Hauptthema. Und da wollen wir herausfinden, ja eigentlich haben wir jeder eine. Die eine, wir suchen die eine. Die eine Dividendenaktie. Die eine Dividendenaktie und deswegen haben wir uns auch eingeladen, den Dividenden-Backpacker, den lieben Holly. Seit Jahren ist er auf Weltreise. 49 Länder hat er schon bereist. Unfassbar. Mehr dazu später. Werbepartner haben wir natürlich auch, ja. Es ist nämlich heute noch die Consors Bank mit dabei. Und das Schöne ist, es gibt auch wieder was zu gewinnen, nämlich eine Aktie, ich sag's ja jetzt schon, ja ich bin hier motiviert, von Novo Norddisk. Also folgt uns auf Instagram und dann erfährst auch du, wie du sie gewinnen wirst. Und was haben wir noch? Wie war denn deine Woche bisher? Ja Philipp, meine Woche war sehr arbeitsreich. Trotzdem konnte ich mich natürlich darum kümmern, auch mal die Quartalzahlen zu sichten. Denn es wird außerdem heute noch, ja, Fragen aus der Community geben, worauf ich eingehen möchte, weil ich mich ein bisschen näher beschäftige in den wenigen Minuten, die ich hatte. Und ja, da muss ich ein bisschen flexen. Nein, Quatsch, also viel Arbeit ist ja nun auch nicht immer was Positives. Außerdem soll es um eine höhere Profitabilität gehen und das auch sehr wichtig und sehr spannend. Und es wird nochmal einen Blick in Richtung Pharmabranche geben, sowie ein Unternehmen, was ein neues Tief seit 2016 erreicht. Oh. Du hast auch Themen, spannende Sachen mitgebracht. Ja, ich spreche über einen radikalen Rettungsversuch. Ich bin gespannt, ob du weißt, welches Unternehmen gemeint ist. Du hast bestimmt noch nicht gelesen. Nein, das stimmt. Deswegen liest es jetzt ja auch auf gar keinen Fall. Dann, weißt du, was am 29.11. passiert? Nein. Das wirst du auch später erfahren, deswegen bleib auf jeden Fall dran. Wir schauen uns an, wie es unserem Fonds geht. Und wir werden auch heute wieder fünf Anteile kaufen, wie jeden Monat. Dazu gucken wir nochmal, was unser ETF-Sparplan gemacht hat. Dem geht es auch relativ gut, muss man sagen. Wir werden sogar nochmal nachkaufen in unserem Fonds. Du hast es auch mit als Investment-Idee. Okay, ich hatte einmal als Top der Woche, dass wir darüber gesprochen haben, dass man bei der Netzvergabe nicht mehr diese ganzen Gebühren jetzt, also dass man darauf bietet auf die Frequenzen. Es könnte aber sein, dass das doch eher ein Flop werden wird. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Ich habe nämlich das Bundeskartellamt warnt vor den Folgen, wenn man das so macht. Und ich sehe die Bedenken auch bestätigt. Als Top der Woche habe ich eine tolle Übersicht. Es gibt jetzt die Fortune 500 Euros. Hier gibt es eine Übersicht über die größten Unternehmen nach Umsatz in Europa. Und du darfst jetzt schon mal raten, wie viele der 14 größten Unternehmen in Europa nach Umsatz sind. Ja, Unternehmen, die in Zukunftsbranchen unterwegs sind. Mehr dazu im Flop der Woche. Okay. Dann sprechen wir natürlich über die Aktie der Woche. Thermo Fischer ist es geworden. Wir sprechen mit Holly über seine Investment-Idee. Wir sprechen über unsere Dividenden-Ideen. Aber dann gibt es noch mal eine Investment-Idee der Woche. Ich glaube tatsächlich, dass Unternehmen so, du kanntest es ja noch nicht. Und ich glaube tatsächlich, werden es auch viele nicht kennen. Aber sie sagen ganz klar, wir verkaufen lebensrettende Technologien und Produkte. Bleibt auf jeden Fall dran. Spannendes Unternehmen. Fundamental sehr gut aufgestellt. Ein wahrer Dauerläufer. Okay. Und ist aktuell meines Erachtens nach von der Bewertung her gar nicht so teuer. Aber Marcel, ich bin mir absolut sicher, dass auch jetzt diese Woche die Quartalszahlen kommen. Und deswegen möchte ich dich recht herzlich einladen, uns jetzt mal was über die kleine Maus aus dem großen Schloss zu erzählen. Ja, da kann ich erst mal schon mal direkt anfangen mit Walt Disneys positiven Nachrichten. Und das hat sich auf jeden Fall erst mal im Gewinn niedergeschlagen. Denn hier gab es schon mal deutlich höhere Ergebnisse, als es erwartet war. Hatte den Vorteil, dass man zumindest sieht, dass diese Kostensenkungen wirken. Dass jetzt die Restrukturierung auch funktioniert. Und ja, Bob Eiger scheint hier zumindest auf dem richtigen Weg zu sein. Darüber hinaus klappt das ganze Thema Disney Plus jetzt besser. Es gibt viel mehr Mitglieder, was natürlich auch daran liegt, dass man jetzt ein günstigeres Abo hat mit Werbung, mit Werbeanzeigen. Und das ist halt deutlich günstiger auch nochmal als das Hauptsächliche, was wiederum sehr attraktiv zu sein scheint. Und daher auch hier tolle Zahlen. Vor allen Dingen ist auch das Minus bei Disney Plus nicht mehr ganz so groß, wie es mal war. Ja, zudem muss man sagen, der Umsatz insgesamt im Konzern Disney etwa knapp 6% gewachsen. 5,7% waren es dann am Ende. 170 Millionen weniger als erwartet, aber immer noch stattlich, wenn man bedenkt, dass da 21,2 Milliarden da jeden Quartal umgesetzt werden. In diesen zumindest waren es 21 Milliarden. Also Hut ab, gute Geschichte. Disney-Aktie ist auch ins Plus gerutscht direkt danach. Es ging auch dann im Laufe des Donnerstags direkt auf 7% hoch. Es ist ein kleiner Ausbruch. Gerade auch auf dem Boden bei 80 Dollar. Hier scheint so langsam Licht am Horizont aufzutauchen und wir sind können und dürfen gespannt sein, ob es dann ja auch endlich mal ein Turnaround gibt. Sodass man eben nicht mehr die Momentaufnahme hat, dass es gerade sehr, sehr schwierig aussieht. Disney, wir hatten ja schon öfter mal darüber gesprochen. Ich glaube, deine Meinung hat sich immer noch nicht geändert. Es gibt immer noch keine Dividende. Das stimmt, die wurde noch nicht angekündigt. Und ich finde auch immer noch ein bisschen kritisch tatsächlich, dass man noch 400 Millionen Dollar verbrennt. Bei Disney Plus. Finde ich viel. Aber es ist natürlich deutlich weniger, als erwartet war. 400 Millionen. Ich finde es viel. 400 Millionen. Ich glaube aber, sie werden es schaffen. Sie haben den Content. Und es wird interessant. Du sagst schon 7% heute, schon wieder die Aktie jetzt gerade. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 9. November, 20.05 Uhr. Genau. Wie viel hat Netflix verbrannt in der ganzen Zeit, die Wachstumsphase. Das darf man auch nicht vergessen. Aber die Aktie ist auch nicht teuer. Also muss man auch sagen, ich glaube, wenn man Geduld hat, dann kann man hier ganz entspannt sagen, packen wir es. Genau. Das Chancen-Riesing-Verhältnis ist in meinen Augen doch recht positiv. Bin aber auch investiert. Die ersten Quartalszahlen sind veröffentlicht worden seit dem Börsengang bei ARM. Und tatsächlich waren diese gar nicht so schlecht. Gerade auch der Umsatz hat deutlich überperformt. Da war man 60 Millionen drüber, als man erwartet hatte. Aber beim Gewinnen je Aktie 10 Dollar sind die Aktie auch besser als erwartet. Auch das sehr guter Ausblick. Insgesamt von 720 bis 800 Millionen Dollar für das nächste und vierte Quartal. 770 waren da erwartet. Das heißt, die Erwartungen waren eher im mittleren, oberen Bereich des Ausblicks jetzt. Das heißt auch hier ein kleiner Wermutstropfen. Den Gewinn ebenfalls relativ breit gestreut für die Erwartung 0,21 Dollar und 28 Dollar Cent je Aktie. Also in dem Bereich soll sich das befinden. Auch hier war eher das Ende dieser Spanne erwartet seitens des Marktes oder seitens der Analysten mit 0,27 Dollar. Also muss man sagen, hier der Ausblick etwas verhaltener. Also hier ist man vorsichtiger. Der Gesamtjahresumsatz soll knapp bei 3 Milliarden Dollar liegen. 1 Dollar je Aktie soll Gewinn dabei herauskommen. Das ist trotzdem völlig in Ordnung. Und die Aktie trotzdem ein deutlicher Minus, weil eben hier gerade auch im Ausblick eher Pessimismus mit dabei ist. Die Aktie dementsprechend also ein bisschen unter Druck. Wobei man sagen muss, dass sie natürlich auch nicht billig bewertet ist. Und da gibt es natürlich auch schnell mal die Möglichkeit auch mal einen guten Absatz zu haben. Genau, also da bin ich voll und ganz bei dir. 54er KGV. Und Marcel, weißt du, was eigentlich so das Allerschlimmste eigentlich ist? Diese Aktie hat eine Bruttomarge von 96 Prozent. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben zu sagen, wir verbessern die Margen. Und das ist glaube ich das große Problem. Diese Aktie ist verdammt zu wachsen beim Umsatz. Und das ist natürlich relativ schwierig, weil machen wir uns mal nichts vor. Halbleiter sind trotzdem, ist eine zyklische Branche. Und wenn du 95 Prozent Marge hast, dann zeigt das, du hast ein geiles Produkt. Also wirklich, ja. Du kannst Kosten weitergeben. Du kannst Preise setzen, wie du sie eigentlich setzen willst. Nichtsdestotrotz verleitet es sich doch noch mehr und mehr dazu. Vielleicht auch wirklich, du musst auf den Umsatz gucken. Und ich sehe hier die Sprünge jetzt nicht so hoch, dass ich bereit wäre, dieses Jahr oder nächstes Jahr sollen sie ja laut Analysten 3,67 Milliarden Dollar machen. Bei einer Market Cap von 56 Milliarden Dollar sind wir hier fast, also über einem KUV von 10 für ein Unternehmen, was wirklich eigentlich nur organisch wachsen kann. Und ich halte diese Bewertung für viel zu hoch und würde hier dieses Unternehmen tatsächlich immer noch nicht mit der Kneifzange anfassen, obwohl wir das Produkt, die Produkte eigentlich tagtäglich wahrscheinlich sehen, fühlen, riechen, schmecken, hören. Ja, Philipp, du weißt, ich bin ein Freund der Differenzierung. Hier muss man natürlich nochmal einordnen. Also generell, du hast recht, es ist eine zyklische Branche. Und trotzdem muss man sagen, alle, sehr viele Halbleiterunternehmen und auch Zulieferer übrigens, sind hier mit teilweise 15 bis 30 Prozent Umsatzrückgängen gespickt worden. Das ist natürlich heftig, aber dementsprechend natürlich auch eingepreist. Und hier bei Armwarns halt jetzt tatsächlich fast 28 Prozent Wachstum. Das ist immer noch sehr, sehr gut. Das heißt, für diese Branche ist das ein sehr, sehr starkes Unternehmen. Für die Bewertung wiederum ist es trotzdem einfach zu hoch, zu wenig. Ich finde auch, dass die Bewertung, da würde ich sagen, das unterschreibe ich definitiv, die Bewertung zu hoch. Trotzdem muss man sagen, für einen Zykliker ist das Wachstum immer noch beachtlich, aber eben das Niveau zu hoch. Überleg dir mal, wenn dieses Unternehmen sich halbieren würde, dann hätten wir immer noch ein KGV von 25. Und dann würden wahrscheinlich die Leute immer noch sagen, naja, wirklich, ist das jetzt teuer oder günstig, kum si, kum sa. Ja, müsste man halt dann beobachten. Also, ich sage mal, schlecht war der Ausblick auch nicht, aber es war halt auch nicht wirklich berauschend und vor allem nicht der Bewertung angemessen, muss man sagen. Bei HubSpot war das ein bisschen anders. Dort waren die Erwartungen ohnehin hoch, aber auch die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Hier auch deutlich im Gewinn übertroffen mit 35 Dollar Cent je Aktie. Nicht schlecht. Auch im Umsatz lag man einfach mal 23 Millionen höher. Bei 557 Millionen ist man dann gelandet. Das ist auch das 25,6 Prozent Wachstum. Hut ab, auch die Marge war ordentlich im Vergleich zum letztjährigen dritten Quartal. Die Kundenanzahl ist ordentlich gestiegen. Also, alles insgesamt wirklich beachtlich. Tolle Ergebnisse. Auch der Ausblick nicht ohne. Aktie am Anfang plus 9 Prozent und wurde dann heute an diesem Donnerstag noch knalllos abverkauft. Also, wer da reingegangen ist, hat hier auf jeden Fall erstmal eine schöne Falle erlebt, denn es ging jetzt sogar auf minus 5 runter. Also, eine Spanne von 460 Dollar am Hoch runter auf 416 im Moment. Also, da muss man sagen, haben die Bären zugeschlagen, lieber Philipp. Da kann es auch sein, dass einfach die Bewertung ohnehin sehr hoch ist bei HubSpot. Das ist genau vielleicht daran liegt, dass auch hier die Gewinnmitnahmen schnell wieder einsetzen. HubSpot, was sind Sie? Sie sind eine CRM-Plattform. Ja, das ist so eine Art Salesforce vermutlich. Also, ich habe mich dabei noch nicht so beschäftigt. Auch, ich sage mal, in dem Inbound-Marketing und im Prinzip so, dass man, ich sage mal, von innen drin sich da auch den Kunden jeweils helfen kann, den Kundenkreis zu erweitern. Und da sind Sie ja super erfolgreich, arbeiten ja eigentlich auch mit allen Rang und Namen zusammen. 184.000 Unternehmen in über 120 Ländern nutzen HubSpot. In Deutschland, Babbel, Fissmann, OMR, KPMG, HelloFresh. Also, hier sind doch schon ein paar. Buyer, die Zeit. Also, hier sind doch schon ein paar interessante Unternehmen mit dabei. Genau. Außerdem noch ein Unternehmen, wo du investiert bist, da haben wir auch Quartalzahlen. Und nachgekauft haben. Sogar nachgekauft hast, richtig. Da gab es auch Quartalzahlen, deswegen heute nochmal mitgebracht. Realty Income hat doch auch hier den FFO, also den Gewinn, also für Realty Trusts, ist das im Prinzip auch für Reeds, das ist eine Gewinnkennziffer, die FFO. Und da auch für ein REED deutlich übertroffen. Sehr, sehr gut. Der Umsatz lag auch höher mit 84 Millionen übertroffen, auch das ist sehr, sehr gut. Und die überarbeitete Prognose für 2023 ist insgesamt trotzdem sehr, sehr deutlich und sehr, sehr gut, auch besser als erwartet. Kann sie also sehen lassen und deswegen auch die Aktie, ja, ich sag mal an dem Tag gleich ordentlich ein bisschen mehr im Plus für eine REED. Also immer ein bisschen verhaltener, das ist keiner, der da immer durch die Decke rennt, wie so ein Tech-Titel. Das ist keine Frage, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Philipp, du weißt, ich bin ja dran und drauf, hier auch nach, oder überhaupt einzusteigen. Wann ist es denn so weit? Wann kommst du auf die Seite? Ja, tatsächlich, wenn es sich charttechnisch hier anbietet und das war natürlich jetzt heute zum Beispiel wieder mit 2,5 Prozent wieder ein schöner Bär. Mal schauen, ob ich die 48 nochmal, also unter 50 Dollar nochmal einsammeln kann oder überhaupt die Chance habe nochmal. Das wird sich jetzt zeigen die nächsten Tage. Ich bleibe mal am Rande und schaue es mir genau an. Ich bin sehr froh, dass ich nachgekauft habe tatsächlich. Ja, hast du einen guten Zeitpunkt. Und ich gucke gerade hier in mein Depot, du weißt, ich gucke hier nicht mehr so oft rein. Was ist hier los im November? Ich bin schon 4,29 Prozent im Plus. Ja, so schnell kann es gehen. Unfassbar, aber es gab noch zwei Monate dieses Jahr, die schon besser waren. Ich bin gespannt, wo wir Ende des Jahres stehen. Ja, Realty Income, ein riesen Immobilienunternehmen aus den USA. Letzte Woche haben wir über die Übernahme berichtet. Genau, also da auch auf jeden Fall nochmal reinhören. Willst du jetzt mit mir über einen radikalen Rettungsversuch sprechen? Ich bin gespannt. Was er, das war ein schöner Artikel in einer großen Zeitung. Was er bei Biogene begonnen hat, bei Roche umgesetzt hat, soll er nun bei Bayer in einem Meisterstück beenden. Andersen? Die Rede ist nämlich von Bill Anderson, dem neuen CEO von Bayer. Er will, muss und soll endlich den Konzern aus der Krise führen. Und das Problem ist, der Markt sieht das überhaupt nicht. Und hier sind vielleicht die Fakten auch, das muss man einfach tatsächlich sagen. Bayer ist, was denkst du, wie viel sind sie noch an der Börse wert? Weißt du es? Hast du schon gerade gehört? Nee, ich schaue da, wie ich nicht. Ich weiß noch, dass sie ein neues Tief erreicht haben. Wieder 52 Wochen Tief ist wieder da. 41 Milliarden Euro. Hilfe. Das sind 30% weniger, als man für Monsanto bezahlt hat. Stimmt. Vor der Übernahme 2015, was denkst du, wo lag der Wert? 80 doch, ja? 120 Milliarden Euro. Und was sagte Anderson? Wir werden Bayer so umgestalten, dass wir uns nur noch auf das konzentrieren, was für unsere Mission wesentlich ist. Und von allem anderen befreien wir uns. Da muss man tatsächlich sagen, das hat er wunderschön gesagt am Investorentag. Aber was er daraus machen wird, hat er offengelassen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Aktie immer weiter fällt. Weil irgendwann diese Geduld der Aktionäre und der Investoren, die ist erschöpft, ja? Also, ich glaube, Werner Baumann weint niemandem irgendeine Träne nach. Und wie wird es jetzt einfach weitergehen? Also, wir haben ja hier ein Riesenunternehmen. Bereich Pharma, Agrochemie und Consumer Health. Und es gibt nicht wirklich Synergien zwischen diesen ganzen drei Divisionen. Hat man jetzt auch traurigerweise sich eingestehen müssen. Aber was wird passieren? Also, wird Anderson sagen, wir spalten was ab? Wir verkaufen was? Wie, das wollen ja auch viele Investoren, ja? Die Zerlegung in drei einzelne Sparten werde es aber nicht geben, sagte er. Also, das wird auf gar keinen Fall passieren. Aber eine mögliche Abspaltung der Aspirin-Sparte Consumer Health oder Agrochemie, in der Bayer nach der Monsanto-Übernahme das Geschäft mit Pflanzenschutzmittel und Saat gut gebündelt hat, ist keineswegs vom Tisch. Sondern es ist irgendwie doch auf der offiziellen Agenda. Ja, und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es hier so eine Art Siemens geben wird. Ja, also du hast die Siemens Holding und dann hast du drei eigenständige Unternehmen an der Börse und Bayer wird vielleicht noch zum Großteil an diesen Unternehmen beteiligt sein. Aber er hat so viele Probleme vor sich. Dieses Unternehmen ist einfach viel zu groß. Das ist so gefühlt Deutschland in klein. Weißt du, wie viele hierarchische Stufen es gibt zwischen dem Endkunden und Anderson? Keine Ahnung. Zwölf. Also, wenn er irgendetwas an die Endkunden kommunizieren möchte, dann geht das durch zwölf Stufen. Stille Post sage ich mal. Das ist ja unglaublich, ja? Und deswegen hat er jetzt auch ganz klar gesagt, alles, was nicht zum Erreichen der Mission beiträgt, wird verschwinden. Ja, und in den kommenden Monaten sollen daher mehrere Management-Ebenen gestrichen werden und Prozesse radikal verschlankt werden. Jetzt hat er aber noch einen großen Klotz am Bein und das sind natürlich die ganzen Glyphosat-Clan. Ja, wir hatten, glaube ich, sogar darüber berichtet. Man hat es geschafft, neun Prozesse in Folge zu gewinnen. Weißt du, wie die letzten drei ausgegangen sind? Negativ für beide. Alle verloren. Ich habe es gelesen. Ja, und ein Ende dieses Klagekapitels ist einfach nicht in Sicht. Ich würde leider hier nicht investieren. Ich war sehr lange investiert. Ich glaube, ich war drei Jahre sogar investiert. Ich war auf zwei Hauptversammlungen. Aber ich sehe hier nicht irgendwie Licht am Ende des Tunnels. Und ich glaube auch nicht, ich glaube, Mr. Anderson unterschätzt tatsächlich, wie behäbig doch wir deutschen Unternehmen tatsächlich sind. Auch diese deutschen großen Unternehmen. Ich hätte immer gedacht, dass tatsächlich Bayer eines der größten Unternehmen der Welt werden würde, nach der Monsanto-Übernahme. Aber dann weiß man auch nicht, wie werden die Synergien genutzt. Wird Glyphosat in der EU weiter erlaubt sein, etc. Ich vermute, am Ende wird es eine Art Siemens werden. Aber ich glaube nicht, dass wir hier die großen Kursgewinne noch groß sehen werden bei Bayer. Also, wenn wir jetzt schon im nächsten Jahr wären, würde ich sagen, Bayer wird 2024 den Markt nicht schlagen. Ist es für dich ein Investment? Nein, natürlich nicht. Also, aufgrund der ganzen Problematiken. Du hast es ja gerade gesagt. Hier ist eine riesen Baustelle vor einem. Und ich glaube, die muss erst mal gelöst werden. Erst mal überhaupt schon mal geistig gelöst werden. Die Umsetzung ist ja zweitens. Wir müssen erst mal irgendwie in einen Fahrplan rein. Und der ist vielleicht auch schon da. Nur erkennt es am Markt so gar nicht. Du hast völlig recht. Die Aktie ist hochgradig natürlich auch abverkauft worden und hat auch die Tiefs getroffen, die, ja, ich sage mal, schon im ersten Abverkauf waren. Zwischenzeit hat ja die Aktie immer mal so eine Erholungsbewegung gehabt. Aber tatsächlich aktuell auf dem Weg zum neuen Allzeittief oder zum Langzeittief, Mehrjahrestief. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Natürlich scheint der Markt natürlich auch weiterhin nicht viel zu sehen. Kann ich gut nachvollziehen, würde aber denken, dass diese Aktie trotzdem, also irgendwo wird schon was an Mehrwert gehoben werden können über die Jahre, über die Jahrzehnte. Aber diese Geduld mitzubringen ist wirklich eine Champions League Herausforderung. Da bin ich gespannt, wie das gelöst wird und wer da lang dabei ist. Noch ein ganz großes Problem auch ist, rate mal, wie viel Schulden Bayern in der Bilanz hat. Ja, das ist ja durch die Übernahme schon sehr üppig. Knapp 40 Milliarden. Sie sind, sie haben einen Schuldenberg da drin, so viel sind sie wert. Jetzt gehst du mal zu einer Bank in der aktuellen Zins, in dem aktuellen Zinsumfeld. Also wenn du da eine Anleihe ausgeben willst, wenn du dich verschulden willst, da musst du ja die Investoren auch mit Zinsen überschütten. Und geh mal zu einer Bank und sag, hey, wir sind hier die Bayer, wir haben eigentlich faktisch kein Eigenkapital mehr. Unsere Eigenkapitalquote liegt bei null, weil wir haben einfach mal, wir haben genauso viel Schulden, wie wir Marktkapitalisierung haben. Kriegen wir da, können wir da ein bisschen was machen an der Zinsschraube? Das ist ein Riesenproblem. Und ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass die Dividende dran glauben muss. Jetzt gucke ich, wann gibt Bayer die Dividende bekannt? Es könnte sein, dass viele deutsche Unternehmen geben, die ja auch noch im Vorjahr schon bekannt. Und dann würde ich tatsächlich sagen, Bayer wird die Dividende kürzen. Ja, also man muss natürlich dazu sagen, 2022 konnte man sich die Dividende durchaus leisten, zumindest aus dem Gewinn heraus. Ja, das kann man schon sagen. Aber im Moment sind wir bei 5,74 Prozent. 5, ja, genau. Das ist schon üppig. Ja, genau. Es wäre auch Raum zum Kürzen da, das ist es nicht. Also keine Frage. Es ist natürlich jetzt auch wieder die Zeitpunktbetrachtung, wir haben den Kurs, der jetzt das tief wieder erreicht hat. Das war vor, ich sage mal, ein paar Monaten noch anders. Das sah die ganze Geschichte noch nicht so dramatisch aus. Aber ja, das wird sich zeigen. Vielleicht auch eine Riesenchance, wenn man es auch langfristig, sehr langfristig sieht, mit viel Optimismus und als Teil eines großen, breit gestreuten Depots. Ja, mir wären hier die Risiken noch zu hoch, auch wenn natürlich dieser Boden jetzt, also zumindest aktuell, sind es ein Doppeltief. Ja, also das ist erstmal nicht schlecht. Mal sehen, wie sich das behaupten kann. Meine Spekulation. Okay. Okay. Bayer wird dieses Jahr nochmal unter 40 Euro stehen. Es soll das tief also nochmal, obwohl unter 40 heißt ja 39 auch schon, richtig? Wie bitte? 39 ist ja dann auch schon unter 40. Ja, ja, unter 40. Das wäre dann die Unterstützung, die gerissen wäre. Das wäre spannend. Ja, schauen wir mal, dann geht es Richtung 35, glaube ich. Genau, weil dann ist dann 35 die nächste Unterstützung. Puh, keine guten Aussichten für alle, die hier... Es tut mir so leid, ich finde es so schade. Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist tatsächlich so. Schade ist auch, ich sage mal, das Stichwort, was aus der Community kommt. Also ganz viele Fragen, weil wir das Unternehmen ja doch hier und da mal mit dabei hatten und ich bin auch nach wie vor investiert, das darf ich vielleicht noch mit dazu sagen. Es kamen sehr viele Fragen zu Ameresco. Ameresco, ein Unternehmen, was sich so im Cleantech-Bereich als Experte im Prinzip auch mit, ja, bei vielen mitverkauft. Also ist selber Betreiber von grünen Projekten, hat selber sehr viel, ja, installierte Anlagen, wovon sie natürlich profitieren. Auf der anderen Seite haben sie aber auch vor allen Dingen eine Expertise, die sie vor allen Dingen auch, ja, wiederum verkaufen an andere, die sich grün aufstellen, die grünen Projekte, aber damit eben keinen Berührungspunkt haben. Und wenn man keine Ahnung hat, holt man sich natürlich Experten ins Haus. Und da kommt dann Ameresco ins Spiel. Und Ameresco, so damals zumindest, als ich diese Aktie in Sepo geholt habe, war, naja, die grünen Projekte werden jetzt vorangetrieben, egal welche. Ja, also Ameresco ist immer Ansprechpartner, weil sie in all den Bereichen wirklich was, also Planer haben auch, ja. Und tatsächlich eben auch gleichzeitig Gewinne machen, auch bei schwierigen Zeiten, weil sie eben doch schon profitabel sind. Und nun ist ja die Aktie aufgrund der Quartalszahlen nochmal ordentlich abgestürzt. Das muss man sagen, das ist auf jeden Fall kein Vorzeigejahr für eine tolle Aktie. Das ist nicht die Frage und deswegen natürlich auch zu Recht hier viel aus der Community als, ja, ich sag mal, wie verfährt man jetzt hier weiter. Die Quartalszahlen, wie gesagt, nicht wirklich top. Umsatz und Gewinne unter den Erwartungen und die Projekte sind im Rückstand. Und da haben wir schon Parallelen, lieber Philipp, zu Enphase Energy, zu Solar Edge. Wir lesen überall das Gleiche im Green-Tech-Bereich. Also sprich, es gibt Verzögerungen der Lieferkette, es gibt Engpässe, die das Ergebnis belasten. Es gibt Verzögerungen, teilweise auch Stornierungen, wobei das bei Ameresco, zumindest in Restore Relations, nicht zu erkennen war. Dort geht es eher wirklich um die verschobenen Projekte, die hinten raus natürlich aufgrund von Engpässen und Verzögerungen der Lieferkette auch entstanden sind. Und vor allen Dingen auch Mitarbeiter und Materialmangel führen dazu und das betont eben das Management, dass man starke fundamentale Daten hat, was durchaus auch richtig ist. Also wenn man das sich mal anschaut, die Umsätze sind eigentlich auf dem Niveau von 2021 viel höher, also zu 2021 höher. 2022 hat er einige Sondereffekte, einige Sonder, ich sag mal, auch Investitionen in dem Bereich, die halt, ich sag mal, das Wachstum, dass das nicht als, ich sag mal, als Kennzahl mit hergenommen werden kann, um jetzt ein klares Wachstum. Also wenn man es zum letzten Jahr vergleicht, ist es natürlich eine absolute Schrumpfung. Aber insgesamt auf der Treppe der letzten Jahre entwickelt sich Ameresco fundamental solide, sehr, sehr gut auch, muss man sagen und das trotz des Gegenwindes, nur ist es eben nicht ganz so stark, wie es erwartet war, was natürlich dann wiederum den Abverkauf auch begründet. Ich finde nach dem Abverkaufs diese Aktie nach wie vor ziemlich gut bewertet. Ich finde sogar jetzt natürlich besser denn je, weil die Probleme nicht so hart sind wie bei SolarEdge und Enphase, weil sie eben breit gestreut sind, weil sie selber noch Projekte haben, die sie eben auch mit voranbringen. Und jetzt auch letzte Woche, oder diese Woche war es Array Technologies, die ja die Solarpanels drehen, die haben diese Gelenke. Auch die hier sagen das gleiche, Investitionszurückhaltung, der hohen Zins und natürlich auch dann die jetzt schon angesprochenen Probleme sind auch belastend bei Array Technologies. Es zieht sich durch diese Branche und deswegen ist Ameresco natürlich da auch mit in Mitleidenschaft gezogen worden und das natürlich auch zu Recht, weil die Ergebnisse nicht so wie anfangs erwartet. Gut, keiner hat die Glaskugel, 3,5 Milliarden Potenzial hat das Auftragsbuch nach wie vor, was durchaus ordentlich ist. Auch das wird abgearbeitet, wie gesagt, halt immer mal mit ein paar Verzögerungen aufgrund der angenannten Tatsachen. Und deswegen bin ich schon noch zuversichtlich, klar, bin auch tief im Minus, keine Frage, aber ich bin zuversichtlich, weil der Börsenwert in meinen Augen für die Gewinne ja eigentlich recht günstig steht. Und ich glaube, dass eine höhere Bewertung durchaus gerechtfertigt wäre, wenn der Markt, ich sage mal, halbwegs wieder mitspielt in dem Bereich. Klar, aktuell herrscht eher die Angst als die Hoffnung. Also was mir nicht gefällt tatsächlich, ich würde die Gegenposition komplett einnehmen. Wenn ich sehe 1,13 Milliarden Market Cap, das ist nicht viel, aber wir haben 1,97 Milliarden Dollar Schulden, das gefällt mir gar nicht. Ich finde auch die Profitabilität, also die Margen zu schlecht. Bruttomarge 18 Prozent, EBIT-Marge 5,73 und eine Nettomarge von 3,69. Ja gut, das ist jetzt natürlich Kontext. Also hier haben wir ja viele eigene Projekte und alle, die einen eigenen Park aufbauen. Wir kennen das von allen Energie, also allgemein eigentlich allen, die irgendwo. Die letzten Jahre war auch die Nettomarge nicht hoch. Die Marge, ja das stimmt, aber es liegt ja daran, weil man viel investieren muss. Und deswegen ist ja auch die Verschuldung nicht. Also man hat ja immer Fremdkapital für Projekte wie, keine Ahnung, Solar, große Parks und so weiter und so fort. Das macht man ja nicht aus seinem FF, das macht man immer mit Fremdkapital. Das ist wie beim Immobilienunternehmen, muss man fast sagen. Also dieser Bereich ist natürlich schuldenlastig, was aber wie bei jedem Immobilienunternehmen oder eben auch bei solchen Unternehmen natürlich immer mit einhergeht. Das muss man in den Kontext natürlich berücksichtigen. Also mein Investment wäre es nicht, würde auch jetzt nicht einsteigen. Ich glaube tatsächlich, mein Learning ist das auch, glaube ich, so ein bisschen fürs Jahr, wenn die Zinsen steigen, ist sich jedes Unternehmen wieder selbst der Nächste. Und dann geht dieses ganze Thema, wir werden alle grün und nachhaltig, rückt völlig in den Hintergrund. Weil wenn es ums Überleben geht, dann sagst du als allererstes, also auf gar keinen Fall brauche ich jetzt hier noch ein Solarpanel irgendwo oder einen Windpark, um mich da so ein bisschen green zu waschen. Aber das spricht, das finde ich, ist Arm, also Amaresco und Arm die gleiche in ihrer Branche. Also das trifft andere viel, viel stärker mit echten Umsatzrückgängen und Co. Dass es hier, also jetzt natürlich Umsatzrückgänge aufgrund des Sondereffektes, aber wenn man es mal vor dem Jahr davor vergleicht, ein sehr, sehr positives, also auch ein Wachstum. Das prognostizierte Wachstum an sich, auch mit dem, was natürlich schon in der Pipeline ist, ist weiterhin ordentlich und zweistellig wachsend prozentual. Deswegen, gerade wenn man die Investor Relations, würde ich hier sehr stark empfehlen, sich mal die Präsentation auch mal anzuschauen. Da sieht man im Kontext natürlich auch die Jahre gesehen auch einen echten Aufstieg und das ist schon gut. Klar, hier wie bei Arm auch im Halbleiterbereich schwierig, weil Gegenwind, aber ich sag mal, die kommen besser durch als Enphase Energy aktuell und auch als SolarEdge. Also wenn das klappt, dann glaube ich, wirst du hier sehr viel Spaß irgendwann noch mit der Aktie haben und wenn man risikobereit ist, glaube ich, hat man jetzt eine große Chance. Ist aber keine Aktie, die man jetzt vielleicht unbedingt ins Depot haben muss oder keine Ahnung, muss man immer auch sehen. Es ist natürlich ein kleines Unternehmen, höhere Risiken, es gibt viele, viele bessere Investment-Alternativen, Opportunitäten, das ist klar. Also ich glaube, in einem breiten Depot, wenn man sagt, das Geld hier ist jetzt irgendwie, da kann ich wirklich mal zehn Jahre drauf verzichten, guck nicht rein. Ja, why not? Genau. Why not? Also du, das Glück ist auch natürlich, oder die Welt gehört dem Mutigen, sagt man ja immer so schön. Am 29.11. ist der Deadline-Day und nehme ich für die Übernahme von VMware durch Broadcom. Das wird spannend. Und wir sind heute jetzt schon am 9.11. Am 30.10., wir hatten schon darüber berichtet, hat Broadcom gesagt, das klappt. Und jetzt ist aber das Problem, die Chinesen lassen sich ganz schön feiern. Und Broadcom-CEO Hook Tan war bei einem VMware-Event sogar jetzt schon in Barcelona und hat bekannt gegeben, dass er die R&D, also Research and Development, also die Entwicklung, massivst hochfahren will von VMware. Er sieht noch mehr Möglichkeiten als vor der Übernahme. Er hat sich tatsächlich sogar am Wochenende mit chinesischen Vertretern getroffen und gesagt, er hätte angeblich alle Bedenken weggehauen, so hat er sich geäußert. Es wird gemunkelt, dass Präsident Xi persönlich den Deal erlauben wird, bei Gottes Gnaden. Oh Gott. Nämlich, wenn er bald San Francisco besuchen wird, um den asiatisch-pazifischen Bereich in einem Wirtschaftsforum zu vertreten. Und er will damit auch so ein bisschen zeigen, man kann wieder in China investieren, man kann sich auf China verlassen. Ich bin gespannt und ich weiß nicht. Mein Magen sagt mir so, hier könnte es dumm laufen am Ende und ich weiß nicht, ob ich hier sogar noch jetzt mit einer Spekulation reingehe. Aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich habe so ein bisschen, erst heißt es, es klappt, dann zehn Tage später ist immer noch nichts durch. Ich glaube, irgendwo hakt sie, ja. Und vielleicht schnappe ich mir noch, würdest du mir noch eine Zusatzspekulation gestatten? Ja, wenn du so viele Punkte machen möchtest heute, dann mach aus damit. Ich bin der Meinung, dass die Übernahme nicht klappen wird. Okay. Ich glaube, leider. Ich glaube, der Deadline-Day wird gerissen. Und ich glaube, die Chinesen werden hier mal kurz einen Mittelfinger rausholen. Ja, was ich einmal auf die Kommunisten verlassen soll, haben wir es wieder. Oder sie werden irgendwelche Zugeständnisse erwarten, wo die Amerikaner sagen, nö. Ja, das wird spannend. Also irgendwas liegt hier in der Luft, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wie siehst du das denn? Ja, das ist natürlich immer so ein Ding. Also Übernahme, wir haben jetzt dieses Jahr relativ viele gesehen, die auch geklappt haben. Auch nach langen Bedenken und Rumgeeiern, muss man sagen, wäre das natürlich, wie gesagt, für Broadcom und VM wäre das Beste. Dass es klappt, aber wenn es nicht klappt, ist hier auf jeden Fall richtig Raum zum Fallen da für Broadcom. Ich glaube, hier ist die Übernahme definitiv mit schon eingewiesen, dass die funktioniert. Die Seitwärtsphase aktuell bei Broadcom ist auch so, dass die jetzt gerade frisch abverkauft wurde, fast am Allzeithoch oder direkt am Allzeithoch. Dort ist die Aktie jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5 Mal gescheitert heute, Stand heute. Kann also auch sein, wenn diese Übernahme nicht stattfindet, dass es tatsächlich dann nochmal runter, also deutlich runter geht und dann vielleicht auch da eher die 800 Dollar nochmal gerissen werden könnten. Ich hoffe, ich bin ja eigentlich grundoptimistisch, aber ja, ich kann dieses Gefühl nachvollziehen. Irgendwas ist komisch hier. Wenn man sich nur noch auf China verlassen muss, ist es schwierig. Ich hoffe ein bisschen, dass auch da wieder eine Annäherung stattfindet zwischen China und USA. Das hat sich ja zuletzt auch angekündigt, hier und da auch mal Besuche seitens der jeweiligen Regierungen, was ja durchaus positiv sein kann, wenn man einfach miteinander spricht. Das ist nicht alles schön, das ist auch klar, aber es ist besser zu sprechen, als sich gegenseitig hochzuschaukeln. Und insofern könnte es auch ein gutes Zeichen sein. Aber wer weiß das, ich hoffe, dass du nicht recht hast. Ja, ich auch. Ich bin ja selber investiert. Ja, ja. Aber ich würde sagen, wenn es nicht klappt, kriegst du wenigstens einen Punkt. Du kriegst genau. Und ich würde sagen, wenn es nicht funktioniert, dann reißt die Unterstützung bei 800 Dollar bei Broadcom. Und Broadcom wird VMware nicht übernehmen. Davon bin ich dann überzeugt. Das wird jetzt deine Spekulation. Meine Spekulation ist, wenn es nicht klappen sollte, wird Broadcom die 800 Dollar Marke nach unten reißen. Also du gehst auch davon aus, es klappt nicht. Du hast eigentlich wie zwei Spekulationen in einem. Ja, in dem Szenario. Kann man sagen, ja. Dann krieg ich auch zwei Punkte, ne? Wenn du willst. Cool. Also dann machen wir auch heute zwei. In einer Spekulation zwei Punkte. Also Broadcom wird VMware nicht übernehmen. Ist auch deine Spekulation? Dann in dem Falle, ja. Nicht übernehmen. Und dann auch nochmal Broadcom wird, wenn es VMware nicht übernommen hat, unter 800 Dollar stehen. Genau. Das ist die Seitwärtsphase. Die ist aktuell, die range zwischen 800 etwa, also über 90 wahrscheinlich so knapp, bis hin zu 920. In diesem Korridor befindet sich die Aktie jetzt schon seit Monaten. Fast 100 Prozent hat die Aktie gemacht, ne? Ja, ja, klar. Also es ist auch wirklich gut gelaufen. Gut, man muss auch sagen, wieder Zeitpunkt, ne? Zeitpunkt Betrachtung ist natürlich wieder so alles. Aber hier ist natürlich dann auch viel Raum zum Fallen. Wenn sie dann die 800 reißt, ist der Weg Richtung 700 nicht weit. Weil dann ist nämlich kaum Unterstützung da. Ich bin sehr gespannt. Wir sind noch 14,82 Prozent entfernt. Genau. Ja, spannende Sache auf jeden Fall. Spannend auch eine Ankündigung seitens eines Unternehmens aus Europa, was ich sag mal so als Fintech zählte und zwar Adgen, Philipp. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, Adgen ist ja im Boden gleichgemacht worden, nachdem hier das Wachstum nicht mehr ganz so hoch ausfiel. Und nun kündigt man eine höhere Marsch an. Man möchte Profit einnehmen, also stärkere Profite bis 2026. Die Aktie ist nachbörslich um 33 Prozent gestiegen. Zeigt, wie überverkauft es auch zeitweile war. Der Nettoumsatz soll im niedrigen bis hohen zweistelligen Prozentualen Bereich liegen. Bis 2026 Transaktionsvolumen stieg um ein Fünftel, jetzt im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalzahlen, auf 243 Milliarden Euro. Also ihr Job ist es ja im Prinzip, die Zahlungen auch technisch zu ermöglichen und das sind 243 Milliarden Euro, schon doch nicht ganz wenig. Davon bleiben 413 Millionen Euro hängen als Nettoerlös bei Adgen, das auch 20 Prozent Wachstum sind. Der Gewinn wurde nicht genannt in dem Falle und Adgen wickelt diese Online-Zahlungen weiter und weiter ab. Unter anderem natürlich für Zalando, Uber, Spotify und viele, viele andere auch. Manchmal sieht man es auch so im Hintergrund bei Processing bei, oder Prozess bei Adgen, das habe ich öfter mal gelesen. Und das ist das, womit das Unternehmen Geld verdient, aber zuletzt ja stark unter die Räder gekommen, weil sie eben doch eher schwächere Aussichten hatten. Zumindest jetzt mal eine Erholungsbewegung für die Trader hier alles. Macht richtig Spaß dann. Würdest du investieren, würdest du einsteigen persönlich? Ja, also klar, wenn man das vorher gemacht hätte, damit konnte man natürlich nicht rechnen, dass da plötzlich so eine Nachricht kommt, wären es jetzt hier mal 40 Prozent gewesen fast, also am Ende des Tages. Aber ich würde jetzt auch nicht einsteigen, weil ich mag sowas nicht, wenn man diese Pläne rausgibt, also auch so wischiwaschi. Es ist so ein bisschen Aktionismus. Ja, genau. Wir müssen jetzt mal was für einen Kurs tun, also hauen wir jetzt eine gute Nachricht raus, die vor allen Dingen auch nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt ist, weil grundsätzlich steigt der Markt mit euren Zahlungen her. Das ist ja jetzt nichts, wo man sich jetzt irgendwie besonders angestrengt hat. Wenn man einmal in dem Bereich ist, wächst man grundsätzlich. Wenn man jetzt die Corona-Einzelmaßnahmen zurücknimmt, dann hat sich das normalisiert und jetzt ist dann einfach ein normales Wachstum mit dabei. Und dann in einem niedrigen bis hohen zweistelligen Bereich prozentual zu wachsen bis 226, halte ich jetzt auch nicht für eine utopische Maßnahme. Also deswegen muss man das mit Vorsicht genießen und ich glaube, es ist jetzt nicht die News, die man braucht, um nachhaltig den Kurs wieder nach oben zu stabilisieren. Eher Angst vor Rückfall, weil 40 Prozent an einem Tag, na gut, dann hast du auch schnell mal die Gewinnmitnahmen drin. Muss nicht sein, muss nicht sein. Was allerdings auf jeden Fall sein muss, ist natürlich ein Dank an unseren Werbepartner heute, die Consorsbank, ein Dank natürlich auch an alle, die mit uns gemeinsam in unseren Fonds investieren. Denn wir schauen mal kurz rein, Marcel, aktuell sind investiert 10.802 Euro. Vom Positionen muss man auch tatsächlich sagen, von unserem Wikifolio, alle Links, alle Infos findest du natürlich in den Show Notes. Nvidia mit 318 Prozent ganz oben mit dabei, Schlusslicht, Hershey ist mit 17,7 Prozent. Aber wir haben ja uns ja jetzt nochmal dazu entschieden, wir kaufen ja jetzt nochmal nach und wir werden auch dann nochmal tatsächlich, also wir werden FMH nachkaufen oder Arsch, Grüße gehen raus. Wir sind zwar hier im Plus, aber wir sind doch sehr überzeugt von dem Unternehmen, richtig? Ja, absolut richtig und bei FMH muss man ja auch sagen, gibt es, ja ich sag mal auch den Ausbruch. Und wir haben ja gesagt, wir warten da drauf und ja, jetzt ist der Punkt. Und jetzt loggen wir uns bitte ein bei der Consorsbank, Marcel und kaufen jetzt natürlich wie immer, weil wir schwätzen nicht nur das, was wir machen, sondern wir kaufen jetzt tatsächlich auch wieder 5 Anteile frisch für unseren Fonds. oder für unser, ja für unser gemeinschaftliches Depot sozusagen, kaufen, 5 Anteile, bist du bereit? 550 Euro und in dem Zug, wir haben auch als letztes Jahr die Aktie von Novo Nordisk gekauft und haben uns dazu entschieden, folgt uns auf Instagram, denn wir werden eine verlosen, heute zum aktuellen Zeitpunkt von 93,95 Euro. und ich würde sagen, wir machen es zwei Wochen lang und dann geben wir den Gewinner bekannt, bitte meldet euch dann auch tatsächlich. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist den Beitrag liken und kommentieren und schon seid ihr mit dann auch im Lostop. Also den Link dazu gibt es natürlich auch wie immer in den Shownotes. Ich würde zu meinem Top der Woche kommen, wenn du nicht noch irgendwie was hast. Ach natürlich noch, solltest du dich für ein neues Depot interessieren und mit Zinsen aufs Tagesgeld und ein tolles Girokonto, ich bin selber Kunde, dann schau mal in die Shownotes, da findest du natürlich den Link zu deinem neuen Depot oder auch Girokonto bei der Consorsbank. Und jetzt kommen wir zu meinem Top der Woche und mein Top der Woche, Marcel, ist das Bundeskartellamt. Ich hatte ja damals zum Top der Woche gemacht, dass es nicht mehr so ist, dass man jetzt auf Frequenzen anfangen wird zu bieten, weil die Bundesnetzagentur hat ja vorgeschlagen, auf die übliche Frequenzauktion zu verzichten. Und das Bundeskartellamt stellt sich jetzt auf die Seite von 1&1 und sagt, das wäre eine schlechte Nachricht und ich werde dir jetzt erklären, warum. Ich bin mega gespannt. Genau, also 1&1 will nämlich ein neues Handynetz ja an den Markt bringen, doch die Firma ist dadurch extrem unter Druck, weil was braucht man? Man braucht Frequenzen. Ja, wenn du ein eigenes Netz haben willst, brauchst du Frequenzen. Und die Bundesnetzagentur hat ja vorgeschlagen, auf die übliche Frequenzauktion zu verzichten und das wäre ein herber Rückschlag für 1&1, das für sein eigenes Netz, wie gesagt, das gerade auch im Aufbau ist. Weil es gibt einen tollen OMR-Podcast auch mit dem Dommermut, wo er auch so, ich glaube, wenn einer es schaffen könnte, könnte er es schaffen. Aber statt der Versteigerung, wurde jetzt bekannt, würden die jetzigen Nutzungsrechte verlängert werden. Und das würde bedeuten, 1&1 bleibt außen vor und in einem Positionspapier des Kartellamts wird nun Kritik an dem Vorhaben der Bundesnetzagentur deutlich und es wird vor negativen Folgen für den Verbraucher gewarnt. Und deswegen möchte ich jetzt, sollte dem so sein, dass tatsächlich einfach alles verlängert wird, ohne dass man einen fairen Wettbewerb daraus macht, dann ist es schlecht für den Verbraucher, schlecht für 1&1, es wird definitiv schlecht für den Aktienkurs von 1&1 sein. Und ja, es würde einfach, es würde wieder den Fortschritt in Deutschland hemmen, meines Erachtens nach. Und ich muss, glaube ich, dann meine Sichtweise auch revidieren, dass ich sage, es muss eine Alternative zu dieser Auktion gefunden werden, dass man darauf verzichtet, finde ich gut. Aber es muss irgendwie was gefunden werden, dass 1&1 hier auch mit fairen Mitteln hier irgendwie auch zum Zuge kommen kann. Es ist jetzt aktuell so, bei der Bundesnetzagentur konnten jetzt die Marktteilnehmer und andere Institutionen ihre Sicht bekannt geben. Jetzt berät die Regulierungsbehörde und gibt 2024 ihre Entscheidung bekannt. Und sollte 1&1 ausgebremst werden, ich zitiere, können hieraus für VerbraucherInnen und Verbraucher sowie für die Wirtschaft vielfältige Nachteile, wie zum Beispiel höhere Preise, eine schlechte Netzqualität und ein schlechter Netzausbau, hier jetzt die Folgen sein. Also, mein Top der Woche geht an das Bundeskartellamt. Ich hoffe, die Netzagentur wird auf sie hören, aber es scheint tatsächlich, sie machen jetzt nicht so die größten Hoffnungen davor, dass das passiert. Und ich glaube, es wäre schlecht für den Standort Deutschland. Ja, aber du hast schon, also dein Top der Woche bleibt ja trotzdem beim letzten Mal, weil es ist immer noch ein Top, dass es nicht neu versteigert wird. Genau, ja. Das bleibt ja, das ist ja wirklich gut. Aber eine Verlängerung wäre ja. Aber das ist ja, also wer A sagt, also eigentlich der Top war ja damals, keine Versteigerung mehr der Frequenzen, sondern es geht darum, wer am meisten investiert, kann am meisten haben. Richtig. Und das soll aber jetzt nicht passieren. Aber mit dieser Prä-Ampel jetzt noch zu sagen, es geht darum, dann jetzt auch die bisherigen Lizenzen einfach zu verlängern, das ist natürlich völliger Irrsinn. Da fragt man sich schon wieder, wer auf diese Idee kommt. Das sind offensichtlich wieder nur Sozen. Die FDP hat gesagt, man muss das ernst nehmen, aber die anderen Parteien haben gesagt. Ja, also wir fallen jetzt auch noch viele andere Wörter ein, die ich jetzt hier lieber nicht mit raushaue. Es ist natürlich irrsinnig, weil man hat den richtigen Weg gefunden und findet dann plötzlich, also man scheitert an sich selber wegen einer dummlichen Idee. Und wenn man es doch einfach so machen würde, wie eben das so vermutet war, Frequenzversteigerung weg. Jeder, der am meisten investiert, kriegt auch am meisten von diesem Markt ab und kann auch dann natürlich den freien Wettbewerb nutzen. Und dann hat man hier, ich sage mal, einen echten Wettkampf mit ordentlichen Voraussetzungen, weil 1&1 natürlich als Neuling nicht die Möglichkeit hat, wie eigentlich ein Vodafone. Wobei natürlich so eine Vodafone und auch Telefonica, wo man sich manchmal fragt, wo fließen die Gelder eigentlich hin? Es ist teilweise ja auch erschreckend und deswegen ja auch nach wie vor bei uns immer noch ein Netz, was das Wort Netz so auch verdient hat, weil Löcher. Ich frage mich tatsächlich aber, die Aktie ist seit dem 7. Juli von 9,46 Euro, die 1&1, jetzt auf 16,76 Euro. Preist der Markt jetzt hier vielleicht sogar, also in einem halben Jahr 60 Prozent? Ich frage mich, ob der Markt hier gerade das einpreist, dass man nicht so viel investiert, sondern, weil Mobilfunk-Tarife sind natürlich eine schöne Cash-Kau. Will der Markt hier aktuell das sogar gar nicht? Also es ist eine interessante Geschichte. Auf fünf Jahre Sicht, natürlich haben wir 60 Prozent verloren. Aber wo sind wir? Wir waren mal bei 70,218 Euro. Es ist interessant. Das ist einfach A natürlich eine technische Gegenbewegung. Also die sind immer noch laufend. Und die war ausschlaggebend dafür, für diese technische Gegenbewegung war vor allen Dingen, dass man jetzt nicht mehr auf die Frequenz geht. Ich glaube, dass man das jetzt so verlängern möchte. Das ist einfach nur wieder, ja, unsinniger Vorgang einer Behörde in Deutschland. Glanzklassig, muss man fast sagen. Aber man hätte damit irgendwie auch rechnen können, dass nicht alles glatt läuft. Und sie war halt unglaublich unterbewertet auch. Also man muss sagen, 1&1 kam jetzt erstmal wieder einfach zurück, weil enorm schlecht gelaufen. Und vielleicht war auch viel mehr Pessimismus drin, als eigentlich am Ende auch eintritt. Trotzdem bleibt hier natürlich die Hürde sehr, sehr schwer, weil so einen einzigen langen, langen Weg vor sich hat. Und dann eben auch solche Hürden vor die Füße gesetzt bekommt. Nicht sehr schön. Ila Lilli bekommt zum Beispiel keine Hürden vorgesetzt, sondern sie dürfen jetzt endlich das Medikament Tirzepadit auf den Markt bringen. Was macht das? Ich möchte es nicht nochmal wiederholen, weil ich glaube, das bringt auch keinem was. Aber das ist dieses Medikament gegen Fettleibigkeit. Und da gibt es ja genauso wie bei Novono Disc einmal VEGOVI, was, ich sage mal, das ist, was hier Tirzepadit ist. Sprich, man kann als Kunde sagen, okay, ich habe eine gewisse Übergewichtigkeit. Ich möchte das gerne weghaben und das über diesen Weg. Dann kann ich das jetzt über das zweite Medikament auf diesem Markt auch noch machen. Mount Chao oder eben auch Ozempic von Novono Disc sind die Behandlungen gegen Diabetes Typ 2. Also das eine ist ein medizinischer Grund, weil notwendig. Und das andere ist, weil ich jetzt dagegen vorkommen möchte. Weil ich gerne Chicken Nuggets esse. Weil ich das vielleicht jetzt auch, ich sage mal, bereue und da vielleicht einen anderen Weg einschlagen möchte, um das mal breit zu fächern. Trotzdem, es gibt einen ungedeckten Bedarf in den USA. Wir wissen von Novono Disc, dass auch hier noch lange nicht der Markt bedient werden kann. Ilha Lilly hat jetzt diese Zulassung, was natürlich auch dazu führen wird, dass Ilha Lilly auch durchaus starke Umsatzschübe bekommen könnte. Die Aktien Plus, natürlich kurz vor Allzeithoch. Aber Philipp, hier bin ich trotzdem skeptisch. Ich finde, Ilha Lilly ist noch so viel mehr bewertet und höher bewertet als Novono Disc. Fast 100 als KGV. Das ist wirklich so jenseits von gut und böse. Also bis das endlich greift, das kann, also selbst wenn der Rennen durchläuft und keine Ahnung, bis das greift, sehe ich Novono Disc tatsächlich als günstigere Rennen dieser Vertreter. Aber klar, beide sind teuer. Das ist nicht die Frage. Trotzdem, ich glaube, Ilha Lilly würde ich tatsächlich nicht ins Depot legen, wenn ich sie nicht schon im 100% Plus habe oder so. Keine Ahnung, da würde ich es behalten. Aber trotzdem top der Woche, weil Zulassung bekommen und das natürlich positiv ist, weil die Story, die eingepreist wird, zumindest der Weg dazu geebnet ist. Kommen wir zu meinem Flop der Woche und das sind tatsächlich, ich scherze einfach alle über einen Kamm, Europas größte Unternehmen. Es gibt jetzt die Fortune 500 Europes und die ordnet die Unternehmen nach dem höchsten Umsetzen. Und ich lese jetzt mal einfach mal die Top 14 vor und dann sagst du mir, was dir auffällt. Willst du von oben nach unten oder von unten nach oben? Lies sich eigentlich gleich schlimm. Ja, dann ist es doch egal. Fangen wir von unten an. Mach durch die Mitte. 132 Milliarden Euro Umsatz, Eni. 141 Milliarden Euro Umsatz, Enel. 142 Milliarden, BMW. 143 Milliarden, Equinox, ich sag noch die Branche dazu. Energie, Öl, Gas. 143 Milliarden Euro Umsatz, Electric to France, Versorger. Mercedes-Benz Group auf der 9, 150 Milliarden, Automobil. Gazprom, 155 Milliarden, Energie. Stellantis, 179 Milliarden, Automobil. BP, 229 Milliarden, Energie, Öl, Gas. Glencore, 243 Milliarden, Hochstoffhandel. Platz 4, Total Energies, 267 Milliarden, Energie, Öl, Gas. Platz 3, Juniper, 274 Milliarden, Versorger. Volkswagen auf der 2, 279 Milliarden, Automobil. Auf der 1, der das Unternehmen, was der grünste Stromanbieter der Welt werden wollte, aber jetzt doch keinen Bock mehr darauf hat. 363 Milliarden Euro, Energie, Öl, Gas, Shell. Ich habe zwei Gemeinsamkeiten für alle. Bitte? Die erste, ich würde in keines der genannten Unternehmen investieren. Ehrlich nicht? So schönes Shell. Krasse Überraschung, ich weiß. Und ja, alles Old Economy. Unfassbar. Wow, ziemlich alt. Also ob das vielleicht irgendwann mal so, ja, als alles so ein bisschen in Europa so ein bisschen dahin bröckelte, war das so das Top an Unternehmen. Der Philipp hat es gesagt. War das so das Top an Unternehmen. Gut, okay, das sind natürlich Umsätze, das heißt jetzt vielleicht nicht, also das sind natürlich, müssen eh nicht, also ohnehin nicht die Vorzeigeunternehmen schlechthin sein in Europa. Ich wusste, dass du das sagst. Aber es ist trotzdem schon mal ein Zeichen von, ja, es ist schade drum. Deswegen habe ich jetzt für dich die Top 14 nach Börsenwert. Okay. Bist du bereit? Ja, da freue ich mich schon auf die Eins, weil das wissen wir ja alle. Ja, also auf Platz 14 mit 125 Milliarden aus Holland. Prosos. Platz 13, HSBC, Bank, 173 Milliarden. SAP, Software. Total Energies, 151 Milliarden. Novartis, AstraZeneca, MS, Roche, Shell, L'Oreal, ASML, Nestlé, LVMH und Novodisq. Hier sieht es natürlich ein bisschen besser aus. Ja, auch nicht mehr ganz so Old Economy, ne? Aber nichtsdestotrotz haben wir selbst auch in den Top 10 auf der Welt kein europäisches Unternehmen mehr dabei. Old Economy würde ich trotzdem immer noch sagen, weil Pharma gab es schon immer, Luxus gab es schon immer, Konsumgüter gab es schon immer. Okay, wir haben ASML-Technologie. Das ist, glaube ich, so das Vorzeigetech-Unternehmen eigentlich aus Europa. SAP würde ich auch nicht mein Geld draufsetzen. Na gut, ja, das ist ein ganz anderes, ganz anderes Platz. Aber es ist einfach nichts. Aber was ich ja meine mit Old Economy ist ja immer das, wo man sagt, Innovationen sind quasi raus. Hier geht es wirklich nur noch ums Verwalten, um das irgendwie noch zu ermöglichen und das auch einfach leicht zu halten. Vielleicht noch ein gewisses Wachstum rauszuholen. Aber macht ein LVMH die Welt besser? Darum geht es denn. Genau. Weil Old Economy ist ja, das ist eine Frage der Definition. Für mich ist Old Economy nicht eine, die besser macht, aber dennoch eine Innovationskraft hat. Also ich sage mal, LVMH kann, ich sage mal, in einem gewissen Grade irgendwo neue Luxussachen für einen besseren Lifestyle, was auch immer, irgendwo weiterbringen. Aber das schönere, buntere Öl, das grünere Öl wirst du wahrscheinlich in der Innovation her schwieriger finden. Aber ich sehe wieder Innovationen hier. No Wunderdisk vorne mit 421 Milliarden Euro Börsenwert. Aber der Rest… Ein schönes Beispiel übrigens. Klar, LVMH habe ich auch im Depot, ASML auch. Aber hier sind, hier fehlt mir was. Tech, komplett Tech. Also alles, was so Software-Tech sind, sind alles weg. Also SAP und Prosus. Ja, aber SAP und Prosus sind auch eine Investmentgesellschaft. Und deswegen mein Flop der Woche, wir müssen in Europa ein bisschen mehr machen. Ja. Oder? Ja, auch das ist jetzt vorgelegt von den Experten, vom Wirtschaftsrat. Hat man jetzt auch dieses prognostizierte Wachstum, ja, auf dieser Basis der aktuellen wirtschaftlichen Voraussetzungen mit, ja, sehr, sehr geringen Zahlen für die nächsten Jahre. Aber auch bis 2070 auf dieser Voraussetzung werden wir nicht wirklich wachsen. Und Wohlstand wird hier also nicht generiert die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Hier muss viel passieren, insgesamt natürlich auch in Deutschland, aber eben auch in Europa insgesamt. Also komplett, dass man hier mal wieder ein bisschen mehr auf den Markt geht, um sich überhaupt diesen Sozialwohlstand zu leisten, den wir hier halt haben, wird schwierig. Mein Flop der Woche, lieber Philipp, und wir haben schon öfter darüber gesprochen, ist iRobot. Gibt es sie immer noch? Ja, sie gibt es noch und sie erreichen ein neues Tief von 2016. Hilfe, was ist passiert? Sind die noch nicht übernommen? Genau, also genau, das ist das große Thema. Die Quartalszahlen waren wirklich nicht berauschend. Das tut richtig weh, wenn man die so liest. Man könnte fast sagen, also ohne Amazon werden die wahrscheinlich pleite gehen. Aber das Thema ist, FTC hat für den kommenden Donnerstag eine nicht öffentliche Sitzung geplant. Thema dafür ist aber noch nicht offiziell. Aber man wird oder man vermutet, dass es hier um den Deal geht zwischen Amazon und iRobot. Und der Kaufpreis von Amazon für die iRobot-Aktien insgesamt, es ist ja 51,75 Dollar je Aktie. Das ist der aktuelle Kaufpreis. Klar, vorausgesetzt, wenn es noch mal ein Jahr dauert, dann wird es vielleicht noch mal runtergesetzt, aber egal. Gehen wir mal davon aus, das geht in die Richtung. Aktuell notiert der Kurs bei knapp 30 Dollar, zumindest zum Mittwoch war es so. Ich habe es heute noch nicht geschaut. Und jetzt geht es um die Frage, ob diese Übernahme nun stattfinden darf. Und die FTC, da hat man ja auch diese, ich sage mal, ob man da irgendwelche Kartellbedenken hat oder nicht. Ich weiß nicht. Also dieses Gereden von den Unternehmen von 800 Millionen Market Cap mittlerweile, die dahin schrumpfen, die nicht annähernd Marktführer mehr sind in dem, was sie machen. Also iRobot ist, weiß Gott, mit so vielen, auch aus China, starken Paar, also Wettbewerbern auf dem Markt auch konfrontiert, dass man hier nicht wirklich von irgendeinem Marktmaß sprechen kann. Und klar wird iRobot davon profitieren, dass Amazon sie übernehmen könnte. Aber ob das wirklich eine Gefahr für die Welt darstellt oder für den Markt, ich mag es zu bezweifeln. Deswegen glaube ich kaum, dass man hier diesen Deal noch irgendwas entgegenzusetzen hat. Klar ist dieser Trade jetzt gefährlich, dass man sagen kann, okay, ich hau jetzt bei 30 mal rein und bei 50 gehe ich raus und grüß schön. Und ich glaube, das ist ein Ding auf eigene Gefahr. Das kann auch total nach hinten losgehen, denn ich habe die große Befürchtung, wenn dieser Deal nicht durchgeht, wird iRobot auf eigenen Beinen richtig, richtig große Probleme bekommen. Denn wenn man sich nochmal die Quartalzahlen anschaut, uh, das tut richtig weh. Also diese Rückgänge an Umsätzen sind schon wirklich gefährlich. Und immerhin, man hat zumindest noch genug Geld, um sich selbst über Wasser zu halten. Und das ist ja schon mal gut. Trotzdem, man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Deal ist angekündigt seit dem 05.08.2022. Und seitdem ist er in der Schwede. Wie lange muss es denn noch dauern? Also das ist halt schon echt krass. Kann man auf jeden Fall als krass bezeichnen. Ist auch traurig für alle Beteiligten und auch für das Unternehmen, weil es hätte in den anderthalb Jahren oder gut ein bisschen mehr als einem Jahr auch viel passieren können für iRobot, wenn man es mal so sieht. Also vielleicht hat die FTC ja auch einfach viel zu lange gewartet. Wie auch immer, mein Flop der Woche, deswegen auch das Thema. Ich kenne ja jemand, du kennst ihn auch. Ich mache mit ihm zusammen einen Podcast. Der hat in der Folge 198, weißt du, was er da gesagt hat? Bin ich gespannt. Die Aktie von iRobot wird dieses Jahr bei 50 Dollar stehen. Weißt du, was witzig ist? Das kann er tatsächlich noch eintreten. Wenn die Tagung am, was habe ich gesagt, nächste Woche Donnerstag, wenn die zur Zustimmung kommt, dass man diesen Deal, also dass man da den letzten Segen dafür noch geben kann, wird die Aktie plötzlich bei 51 stehen. Das wird immer noch möglich sein. Mir kommt das jetzt schon wieder vor wie so die letzte Ölung, so die letzte Seilung. Da gibt es nochmal ein bisschen Weihwasser und dann kämen wir nicht, brauchen wir nicht. Weil es geht nicht nur darum, dass man hier irgendwie von 30 auf 50 hochklettert, sondern es kann nur einen Tag passieren, wenn der Deal halt durchgeht. So schnell kann es sein. Wie sagen die hier bei TV Total, ich drücke dich die Däume. Ich drücke dich die Däume. Also jeder, der hier noch investiert ist, der hat schon starke Nerven. Ja genau, starke Nerven oder der halt darauf spekuliert, dass diese Gap geschlossen wird durch eine Zustimmung. Kann ja alles passieren. Jetzt kommen wir zu starken Dividendenaktien. Wir springen jetzt direkt rein in das Interview mit dem Dividendenbackpacker. Viel Spaß. Ja, wir haben heute zum zweiten Mal in unserem Aktienpodcast, Du bist eigentlich so der Stargast, der Stammgast sozusagen, muss man jetzt tatsächlich sagen. Den Dividendenbackpacker, ihr kennt ihn bestimmt von Instagram. Aber lieber Holly, die, die dich noch nicht kennen, sollen dich jetzt mal kurz kennenlernen. Erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her und was machst du gerade? Jo, servus zusammen. Freut mich auf jeden Fall erstmal, dass ich wieder da sein darf. Dankeschön. Wir haben im Vorgespräch schon überlegt, Boah, Digga, wie lange ist denn der letzte Podcast? Geht her? Ja. Krass, zwei Jahre, es ist so viel passiert. Bei euch ist viel passiert, bei mir ist viel passiert. Kurz zu mir, gebürtiger Name, Andreas Holmotz. Man kennt mich eben unter dem Namen Dividendenbackpacker. Ja, mittlerweile darf ich den Namen voll ausleben. Bin seit einem Jahr auf Weltreise unterwegs. War jetzt die meiste Zeit in Südostasien unterwegs. Thailand, Indonesien, Japan, Nepal zuletzt. Dann kurz über Zypern und jetzt sitze ich gerade in London. Und nächste Woche geht es weiter nach Riga. Ja, bin jetzt ein bisschen in Europa unterwegs. Ja, hinter Gedanke, ich war mal gelernter Koch, dann bei der Bundeswehr zwölf Jahre und wollte irgendwie ein bisschen mehr aus meinem Leben machen. Hab die ganze Zeit mit einem Nebenjob nebenbei gearbeitet. Wollte dann durch Zufall so ein bisschen in die Selbstständigkeit rein. Jetzt darf ich nicht nur Dauerreisender sein, sondern eben auch Unternehmer. Das macht mir ultra viel Spaß, Sachen machen zu dürfen, nicht mehr zu müssen. Und das ist einfach für mich pure Freiheit auf jeden Fall. Jetzt bist du ja so viel unterwegs. Erzähl uns doch mal, bevor wir auch zum Thema heute kommen, also die eine Dividend in der Aktie. Was sagst du denn, ist für dich die größte Erfahrung, die du bis jetzt gemacht hast, tatsächlich so auf deinen Reisen? Ich muss jetzt sagen, ich war jetzt in 49 Ländern schon. Ich habe wirklich extremst viel erlebt. Und das, was mich jetzt, glaube ich, am meisten geprägt hat, ist Nepal tatsächlich. Also das vorletzte Reiseland tatsächlich. Es war eines der ärmsten Länder, die ich jemals gesehen habe und gehörte auch mit zu den ärmsten Ländern der Welt dazu. Der Durchschnittsgehalt liegt bei 1.100 US-Dollar im Jahr. Und diese Menschen, die sind so unglaublich nett, zuvorkommend, höflich. Ich bin das ja gar nicht gewohnt. Hey, ich bin der größte Assi, würde ich mal ab und zu sagen. Einfach so gechillt, relaxed. Und danach wirst du jetzt mal mit Sir angeredet und total höflich. Und du stehst da und denkst dir so, what the fuck, was passiert da gerade? Und dann habe ich auch dort den Everest-Basecamp zurückgemacht. Bin auf über 5.500 Höhenmeter hochgekommen. Und diese Landschaft dort, so krass. Und zuletzt war jetzt leider wieder ein Erdbeben. Am Richterskala 6,7 sind natürlich auch wieder viele Menschen ums Leben gekommen. Und das ist halt so unglaublich schade, weil die Menschen, die haben ja so echt nicht viel. Und danach kommen die die ganze Zeit zu Naturkatastrophen. Und irgendwie schaffen es die immer wieder, einfach gut gelaunt zu sein. Und glücklich zu sein. Und das hat mich echt extrem geprägt tatsächlich. Ja, das ist wirklich hervorragend. Interessant, dass man dann auch alles mitbekommt. Und du hast ja, wie der Name schon sagt, mit Dividenden aus dem Hut. Und wie genau gehst du denn eigentlich bei deiner Aktienauswahl vor? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Konsumgüter. Ihr kennt das selbst, du gehst in der Früh Zähne putzen. Du tust irgendwas mit Knorr kochen oder sonst irgendwas. Das muss jetzt nicht Knorr sein, aber ich denke mal, die Zuschauer verstehen, was ich meine. Oder du ziehst da mal eine Coke oder vielleicht mal Corona-Bierchen oder sonst irgendwas. Und du musst das Zeug immer wieder kaufen. Und ich mag jetzt solche Aktien einfach, wo es dir einfach weiß, die haben ein beständiges Geschäftsmodell. Und wie gehe ich vor? Du, ich habe verschiedene Seiten. Ich habe jetzt zum Beispiel nebenbei Market Screener auf. Dort screen ich ab und zu durch. Ich bin Kunde beim Dividendenalarm. Schau dort öfters einfach mal die Kennzahlen durch, was es so gibt unter Alex Dividendenfischer. Grüße gehen raus nach Thailand, falls ihr das hört. Der hat ja auch seinen Telegram-Support. Und da schreibt er eben rein, welche Aktien er zum Beispiel spannend findet und so weiter und so fort. Und zum Beispiel sowas wie Telekommunikationsbranche, bin ich komplett raus in Zukunft. Ihr kennt das selbst, hochverschuldet. Wir haben die Probleme einfach mit die ganze Zeit Investitionen und Thema auch. Was wird jetzt auf, was wird jetzt zurück? Eins, zwei, drei. Miliphonika? Genau, die waren geil. Nee, jetzt fällt es mir natürlich nicht ein. Im Eifer des Gefechts, wo ich noch raus wollte. Genau, Autoindustrie. Mal ganz ehrlich, dicke Kahn sind doch echt geil. Aber ich kann zum Beispiel mit dieser Branche nichts anfangen, weil ich immer selbst so alte, abgefuckte Autos gefahren habe. habe, jetzt gar kein Auto mehr habe und deswegen vermeide ich zum Beispiel auch solche Branchen. Also ich bin eher so in diesem Bereich. Konsumgüter unterwegs, zum Beispiel auch eben Gold, Silber als Absicherung über Minenwerte und das macht mir einfach persönlich sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe heute eine Aktie mit dabei, die in diesen beiden Sektoren nicht unterwegs ist. Ich habe die zuletzt gekauft und habe mir gedacht, hey, das passt einfach recht gut. Nehme doch die einfach mit. Dann würde ich vorschlagen, wir starten du natürlich als unser Gast, damit die Leute dranbleiben als allerletztes. Marcel, wir lassen dir das Feld. Wenn du, also die Idee war, nicht die eine Aktie, wenn man nur eine kaufen dürfte, sondern einfach mal drei Dividenden-Ideen mitzubringen. Und ich denke, am Ende haben wir ein schönes Körbchen, wo sich jeder natürlich auch nochmal seine eigene Meinung bilden kann und darf. Marcel, bitte die erste. Ja, also meine Wahl war relativ einfacher. Ich bin ja eher auf dem Tech-Bereich spezialisiert, also auch gerade bei Investitionen will ich ja so die Zukunft abbilden und ich glaube, es geht keinen Weg daran vorbei, dass es immer mehr Daten gibt, dass es immer mehr Rechenzentren gibt und gerade das Thema Rechenzentren kann ich ganz gut spielen mit dem Unternehmen Digital Realty Trust, welche ja doch auch als Dividendenwert durchaus ansehnlich sind. Klar, keine üppige über 5% Dividende, aber mit 3,8% durchaus attraktiv und dazu noch die Kursfantasie, was mir ja wiederum Spaß macht, weil ich eben nicht nur Dividende sehen möchte, sondern auch, ja, ich sage mal eine Performance über längere Zeit. So, Holly, was sagst du zu dieser Idee? Als Konsumgüter. Ich beiße mir jetzt gerade im Arsch, ich habe einen Aktien-Chart aufgemacht, ich weiß noch Anfang des Jahres, wie es da schön runtergegangen ist und dicke einfach mal 50% vom Tief ausgemacht. Geil. Und ja, ich sehe das genauso wie du. Ihr habt zum Beispiel hier Iron Mountain als Reed im Depot drinnen. Ist jetzt nicht direkt 100% das Gleiche, aber es deckt auf jeden Fall auch dieses Feld ab, definitiv. Dann würde ich vorschlagen, ich mache jetzt weiter und bei mir ist es tatsächlich, und ich werde hier bestimmt auch bald mal einsteigen, ein Dividendenwert mit 4,96%, auch eine Reed, nämlich die Alexandria Real Estate Equities. Und was machen sie? Sie sind im Life Science-Bereich tätig und das Schöne ist, Alexandria Real Estates ist dann tatsächlich so, dass sie Produktionshallen anbieten für zum Beispiel Hersteller von Pharma-Medikamenten. und da muss man auch tatsächlich sagen, ihre Top Ten würde ich jetzt mal ganz kurz vorlesen von den Kunden, die kennt man eigentlich. Der größte Kunde ist Bristol Myers, dann Moderna, Eli Lilly, Takeda, Illumina, Sanofi, 270 Bio, Novartis, Tipco Software und Uber. Und das finde ich einfach total spannend, tatsächlich auch, weil ich glaube natürlich, es wird immer mehr und mehr Pharma auch geben, natürlich auf der Welt, und die Menschen werden immer älter, wir brauchen mehr und mehr Medikamente, und da müssen die natürlich auch irgendwo hergestellt und produziert werden, und am besten dann natürlich in den Gebäuden und Immobilien von Alexandria Real Estate. Man muss dazu sagen, was mich so ein bisschen nervt tatsächlich ist, ich finde, sie könnten noch ein bisschen mehr bei der Dividende machen. Sie erhöhen trotzdem regelmäßig, aber ich finde 5% noch ein bisschen wenig knapp, also ich würde mir hier wünschen, dass sie noch mal ein bisschen, ja, erhöhen, so würden ihre Ausschüttungen, aber sie sind natürlich auch, und das muss man sagen, aktuell Year-to-Date minus 33%, nahe des 52-Wochen-Tiefs, also ich glaube, für jeden, den es interessiert, der könnte hier überlegen, mit einem Sparplan hier ganz entspannt, sich eine Position aufzubauen, und jetzt, Jungs, interessiert mich natürlich die Meinung von euch beiden zu meiner Idee. Holly, ich lasse dir einen Vortritt. Mega geile Aktie, ihr habt die noch nie gehört, oder sonst irgendwas, die WKN müssen wir auf jeden Fall unten reinpacken, weil das müssen sich auf jeden Fall mehrere anschauen, weil ich bin ja zum Beispiel auch gern in dem Pharmasektor unterwegs, bin aber noch nie auf die Idee gekommen, in diesen Bereich mal reinzuschauen, deswegen finde ich das jetzt gerade voll spannend, die Aktie schauen wir später auf jeden Fall ein bisschen genauer noch an. Marcel? Also für mich ist das auch ein super spannendes Geschäftsmodell, ich bin auch gern gerade in dem Pharmasektor unterwegs, weil es ist natürlich, aus Investorsicht, hat man so noch dieses Gimmick, dass es was Gutes tut, dass man da eben doch was auch, ich sag mal, irgendwie mit Teilherd an diesen tollen Medikamenten, die am Ende doch Leben retten und das ist ein Riesenmehrwert und dann davon nochmal extra zu profitieren über die Breite und dabei natürlich auch indirekt direkt streuen auf die ganzen Anbieter, das ist schon auch eine schöne Sache, könnte mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. So, jetzt aber unser Stargast heute, erleuchte uns, welche Aktie dürfen wir jetzt von dir hier besprechen? Also Stargast bin ich definitiv nicht, ich bin halt ein lustiger Kauz auf jeden Fall am Ende des Tages, hoffe ich. So, ich habe gar nicht lange überlegen müssen, ich habe jetzt noch ganz kurz, das ist so ein bisschen spannend, muss ich das jetzt machen, du sagst 4,9, du hast gedacht, Digga, wenn du jetzt meine Aktie sagst, dann hänge ich mal ganz kurz schräg drinnen, ich habe Turo Price mitgebracht, jeder kennt BlackRock, jeder hat immer so ein Augenmerk auf BlackRock, ich meine, es ist, die Welt macht schlechthin in diesem Sektor, im Finanzwesen und dem ganzen Geldverwalten und Co., aber Turo Price, muss ich sagen, braucht sich da überhaupt nicht verstecken, weil im Jahr Ende 2021 hat man 1,68 Milliarden mal Billionen verwaltet, zuletzt hat man Quartalszahlen berichtet, der Gewinneaktie um über 20% höher ausgefallen, weil man so viel Geld einsparen kann und ich habe so viele Seiten durchgesucht, weil die Aktie erstmal positiv reagiert hat und dann ist im gleichen Moment ich glaube um fast 15% abstürzt und in so einem ganz kleinen Abschnitt ist drinnen gestanden, dass man womöglich im November und Dezember Geld abgezogen wird und ihr habt diese Situation einfach genutzt, haben hier nochmal einen guten Nachkauf getätigt und ich sehe es genauso wie ihr, ich möchte nicht nur von Dividenden profitieren, sondern auch zukünftig von Kurssteigerungen, das macht ja einfach nur am Ende des Tages Sinn und ich gehe jetzt mal persönlich von Tiro Price davon aus, dass man die nächsten ein, zwei Jahre eher eine Seitwärtsphase hat, ich möchte aber schon früh dabei sein, einerseits natürlich attraktive Dividendenrendite mit über 5% und wenn man in Anfangstrichen einigermaßen das tief erreicht, ihr wisst das selbst, wie schön sich das dann einfach profitiert und hinten raus einfach ja zugunste kommt und man ist fast auf dem Corona-Tiefwesen, das hat nur noch 10% gefehlt und im Top war man gefühlt bei 230 US-Dollar gestanden, bei 88 US-Dollar habe ich nochmal kaufen können, bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und bin jetzt auf eure Meinung gespannt. Da hast du aber doch gepokert, dass du uns die Aktie vorher nicht gesagt hast, weil ich glaube, wir haben diese Aktie im Podcast schon vor 3, 4 Jahren schon erwähnt und verfolgen sie, du bist sogar auch investiert, ne? Ich bin nach wie vor tüglich investiert, ja. Ja, also wir haben sie schon länger auf dem Schirm und ich habe eigentlich immer auch gesagt, das wäre für mich von meinem Anlagerstil eigentlich so das perfekte Gimmick fürs Depot, aber irgendwie hat sie es noch nicht ins Depot geschafft, aber alles, was du sagst, sie sind ein riesen Vermögensverwalter, sie haben aktive Fonds, sie haben tolle Kunden und sie sind halt so ein bisschen unter dem Radar, aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Dividende alleine im Jahr 2000 war bei 0,75 Dollar Cent, ja, und jetzt sind wir schon bei 1,2, also 1,22 Dollar und die Aktie hat halt, muss man tatsächlich sagen, jetzt mal in 10 Jahren fast gar nichts gewonnen, aber ich würde jetzt Marcel zitieren und sagen, da staut sich natürlich auch ein Kaufdruck an, dass wenn es hier zum Ausbruch kommt, könnte es relativ flott auch wieder hochgehen, oder? Das ist ja wahrscheinlich auch so das, worauf du setzt mit deinem Investment. Genau, ich habe das ja gekauft, diese Aktie, die habe ich gehalten, dann ging es auch runter und habe auch nachgekauft, als es sich eben angeboten hatte und eben nicht nur aufgrund der hohen Dividende, sondern weil es einfach auch wirklich ein Performance-Unternehmen ist, was man wirklich auch an einem Aktienkurs sieht und klar ist die Momentaufnahme eher schwierig, weil es ist jetzt runtergekommen und du sagst es schon auf dem Tief von Corona in etwa, also Pi mal Daumen und ich glaube, das wird nicht lang dauern, werden wir hier auch wieder hochsehen, vielleicht nicht direkt aufs Allzeithoch, aber es wird natürlich einen Weg nach oben finden und ich glaube, dass das nicht so lange dauert. Das ist natürlich, man kriegt auch schnell mal Angst, wenn man so sieht, oh, hier wurden wieder ein paar Milliarden abgezogen von Kunden, aber es geht ja hier um wie viele Billionen, die sie verwalten, also es ist ein Riesen, gerade auch durch die Pensionskassen, die sie ja eben auch verwalten, ein Riesen-Unternehmen mit sehr viel, ja auch, ich sage mal, mit einer sehr gesunden, fundamentalen Struktur in der Bilanz und ich glaube, da macht man wirklich langfristig wenig, wenig falsch, deswegen halte ich diese Aktie, nehme ich auch immer wieder mal vor, aufzustocken, wobei die Position auch schon eine gewisse Größe hat, dass man da vielleicht schon, vielleicht gar nicht so viel machen muss mehr. Ja, aber es macht echt Spaß, also vor allem wir, also ich zumindest suche Unternehmen, die aktuell einfach Probleme haben und die einfach trotzdem gutes Management hat, wo man davon ausgehen kann, das wird nicht immer funktionieren, aber solche Problemsituationen heißt ja im Umkehrschluss, der Kurs, der wird runtergeprügelt, man muss halt Eier haben, Geduld vor allem auch und ich habe so eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht, ich meine, wenn es jetzt jedes vierte Mal nicht funktioniert oder sonst irgendwas, hat man trotzdem eine richtig geile Performance. Ja, dann würde ich sagen, das war auch schon wieder fast das Wort zum Sonntag. Lieber Holly, danke, dass du da gewesen bist, vielleicht wiederholen wir das nächstes Jahr nochmal, dann wärst du schon ein drittes Mal, dann wirst du wirklich das Stargast offiziell dann und ihr könnt uns natürlich auch nochmal in die Kommentare schreiben, was sagt ihr denn, was ist eure Dividendenaktie, die man unbedingt mal haben sollte, aber ich finde, wir haben heute eigentlich schon viel dabei, Digital Realty Trust, also Digitales, wir haben Pharma mit dabei und auch noch den ganzen Finanzsektor, einen der größten Vermögensverwaltungen der Welt, ich glaube Tiro Price ist der vierte Größte, wenn ich mich nicht irre, also da ist auf jeden Fall etwa, also drei Unternehmen, die die Welt verändern. Genau, und man kann was finden, durchaus. Gut, dann lieber Holly, danke, dass du da warst und bis bald. Ich sage auch, Dankeschön. So, kommen wir zur Aktie der Woche, wie immer auf Instagram wird abgestimmt, ganz fleißig, ihr dürft alle eure Vorschläge geben, die werden aufgesammelt und danach dürft ihr alle abstimmen, welche Aktie wird die Aktie der Woche. In dieser Woche war es und ist es? Thermo Fischer. Wir sind beide investiert und die Aktie nahe des 52 Wochentiefs, sie beliefern alles, was im Bereich Life Science, Labore etc. mit dabei ist. Sie haben natürlich viel auch von Corona profitiert, nichtsdestotrotz, sie sind ein Dauerläufer, 81% in 5 Jahren, 339% in 10 Jahren, die Dividende ist natürlich aktuell sehr wenig, aber gehen wir mal in das Jahr 2013, da hat man eine Dividende von 15 Dollar Cent, heute ist sie bei 35 Dollar Cent, also auch schon mehr als verdoppelt, also knapp 7% im Schnitt pro Jahr und sie haben auch tatsächlich in den letzten 5 Jahren im Zinseszins schon um 15,39% die Dividende erhöht, zahlen sie 4 Mal im Jahr. Ich bin, ich bleibe investiert, bin auch gerade, ich gucke nochmal, wo ich hier, ob ich im Plus bin, ja 10,18% im Plus, tatsächlich muss man sagen, ich habe sie am 3.3.21 gekauft, ich hätte damit nicht den Markt geschlagen, auch für dieses Jahr stehen sie mit minus 20% echt doof da, aber was soll passieren? Also, ich bin sogar auch am Überlegen hier nachzukaufen, es wird ja aber immer wieder gefordert hier, Philipp, mach einen Fundamentalcheck, ich habe mir auch was überlegt, es könnte sein, dass ich es nächste Woche schaffe, dann ist er auch da und dann schauen wir uns nochmal genauer an, ob ich im Moment Thermofischer kaufen wollen würde oder nicht, ich sage es ganz ehrlich, auf dem aktuellen Niveau würde ich sie nicht kaufen, ich glaube auch nicht, dass sie groß bei dem Wachstum, was sie haben, für die nächsten zwei Jahre, was da veranschlagt wird, dass sie groß den Markt schlagen werden, nichtsdestotrotz, ich halte fest, weil, ja was soll passieren, was soll passieren, Sachen müssen immer weiterhin analysiert werden, fundamental, glaube ich, gibt es spannende Aktien und ich wäre nicht bereit, bei einem Neueinstieg aktuell das 21-fache der Gewinne zu bezahlen für ein Umsatzwachstum für nächstes Jahr von 3,18% und keinem, nee, von einem Umsatzwachstum von 0,57% und einem Gewinnwachstum von 3,18% dieses Jahr so einen Rückgang geben. Ja, es ist für mich jetzt kein riesen Investment-Szenario, aber ich sehe auch, für mich spricht jetzt hier nichts mehr für den Verkauf. So, du, Monolog beendet. Ja, also ich bin da optimistischer, also nur weil es jetzt gerade nicht so läuft und das aus Begründung, also auch hier kann man das Ganze im Kontext natürlich sehen, klar, Corona-Hype, es ging enormst nach oben, diese Überbewertung wurde jetzt abgebaut, der Aufwärtstrend wurde auch erstmal verlassen in eine Seitwärtsphase, die, ich sage mal, bei 400 Dollar etwa eine Stabilisierung gefunden hat, zumindest zuletzt und jetzt gab es auch mal einen Einwand aus der Community und sagen, warum profitiert eigentlich Thermo Fischer noch nicht von VEGOV, weil sie ja auch da natürlich die Spritzen und alles liefern und das ist einfach noch nicht, also weil einfach so eine Ankündigung der Partnerschaft bis hin zu dem, wie es umgesetzt wird und sich auch in den Quartalszahlen widerspiegelt, das dauert natürlich seine Zeit, das passiert ja nicht von heute auf morgen, dass plötzlich dann, ich sage mal, der Markt von VEGOV sowieso noch relativ begrenzt, die Produktionsstätten werden ausgebaut, dementsprechend werden dann mehr Spritzen gebraucht, also ich sage mal, das größere Bild dahinter wird auch davon, Thermo Fischer stark profitieren, keine Frage, aber natürlich nicht so schnell und so wahnsinnig flink, wie Novo und Disk jetzt, ich sage mal, auch die Zukunft eingepreist bekommt. Das ist schon so, dass man da ein bisschen Geduld haben muss und ich finde eher, dass es aktuell sogar ein Kauf ist, gerade auf diesen Rücksetzer Rücksetzer bei den 400 und wie gesagt, 411, wenn jetzt ist es wieder ein Stück höher, aber wenn da nochmal die 411 ranknallt, dann ist das durchaus eine Möglichkeit, dieses Qualitätsunternehmen, das ist es ja wirklich ohnehin und über die letzten Jahrzehnte wahnsinnige Renditen gemacht und das ist auch davon auszugehen, dass dieses robuste, sehr stabile Geschäftsmodell, weshalb ja die Bewertung auch immer noch hoch ist, du sagst es ja selber, das ist ja nicht ohne Grund so, es ist ein tolles Geschäftsmodell und es wird auch nicht weniger geforscht, es wird nicht weniger Medikamente oder irgendwelche zu, oder alles was rundherum ist, was Thermo Fischert einfach bietet, das wird ja weiterhin stark gebraucht und wenn nicht eben noch viel mehr. Ich muss auch ganz klar nochmal sagen, also wir hatten Dezember 2019, bevor Covid losging, 25,5 Milliarden Umsatz, jetzt sind wir bei 44,9 Milliarden. Ja, also die haben Corona gut gemeistert und sind stark gewachsen. Genau. Und jetzt flaut man einen Ticken ab, dass man natürlich, wenn man solche Sprünge macht, dass man dann auch mal ein Jahr mit 42 oder vielleicht auch mit 41 Milliarden beendet und danach erst wieder ins Wachstum richtig eingeht, das ist doch nach so einem Einmaleffekt absolut nachvollziehbar und das spiegelt eigentlich nur die Realität ab. Nirgendwo kann, also exponentielles Wachstum gibt es eigentlich nur beim digitalen Bereich in der Art und Weise. Das kannst du natürlich nicht in einem Geschäftsmodell vielleicht auch hier über einen Sparplan oder so einsteigen, aber große Probleme bei Thermo Fischern. Gibt es tatsächlich keine. Hier gibt es tatsächlich keine. Das ist gerade ein Gefühl. Genau, es ist ein Gefühl. Es sieht gerade nicht schön aus. Tut vielleicht ein bisschen weh im Depot und da muss man entspannt sein. Das ist eine Aktie, die lässt man liegen. Im Zweifel, wenn es einem auffällt, wenn man sie gerade liegen lässt, kann man die Chance vielleicht zum Nachkauf nutzen. Aber ansonsten ist das eher laufen lassen. Passt schon. Alles schick und tut nicht weh. Investmentidding gab es auch diese Woche. Ich würde anfangen. Ich habe den Ausbruch vorhin schon kurz angesprochen. Wir haben schon nachgekauft in unserem Wikifurio. Morgen nochmal. Genau. LVMH. Einfach, wir haben es gesagt, der Rücksetzer unter die 700 war schon sehr angenehm und sehr, sehr gute Chance. Aber der Abwärtstrend war noch im Takt. Nun heute der Ausbruch über diese Linie, über diesen Abwärtstrend, das ist positiv. Und da gehe ich davon aus, dass wir hier jetzt dann so zumindest diesen Trend beendet haben. Jetzt geht es in der Seitwärtsphase über und kann dann natürlich auch wieder den Weg in Richtung Allzeit hoch finden. Sollten dann auch die Wachstumsaussichten wieder ein bisschen besser sein. Dem kann ich nichts hinzufügen. Und die Aktie für mich, die hat in 12 Monaten 15% gemacht. Trotz des Rücksetzer. Das ist ja mit Kanonen auf Spatzengeschossen, sagt man. Ja. Naja. Kommen wir zu meiner Investmentidee. Meine Investmentidee, ich glaube, ist ein Unternehmen, von dem die meisten noch nicht gehört haben, aber die Produkte kennen alle aus der Schule. Oder aus Hotels. Okay. Das sind diese kleinen Feuermelder, diese roten Kasten, die du dann einschlägst und dann wird es richtig laut. Das Unternehmen hat eine Market Cap von 8,83 Milliarden US-Dollar und heißt Halmer PLC. Und sie machen nicht nur das. Und sie sagen ganz klar, wir sind ein globales Konglomerat oder ein Zusammenschluss aus verschiedenen Unternehmen. Sie kaufen immer Nischenplayer von Technologien, die Leben retten. Das ist eigentlich ihr Credo. Sie sind in drei Bereichen unterwegs, Marcel. Einmal im medizintechnischen Bereich, in der Messtechnik und in der Sicherheitstechnik. Und wie gesagt, man kennt es einfach, dieser rote Knopf. Aber sie sind auch noch viel, viel breiter aufgestellt und sie sind brutal eigentlich runtergekommen. Sie sind fundamental, muss man auch tatsächlich sagen, nie günstig. Sie haben eine Gesamtkapitalrendite von 32 Prozent, haben aktuell einen KGV von 26. Nichtsdestotrotz, wenn man sich einfach mal diesen Aktienkurs anschaut, wir haben einen brutalen Rücksetzer, 20, 22 hatten wir einen KGV von 51. Wir haben uns eigentlich halbiert seitdem, aber so das KGV von 20 ist meistens eigentlich immer so ein unterer Punkt gewesen und ein KGV von 26 ist doch hier tatsächlich gut. Sie sind einfach sehr robust und sie haben es geschafft von 2005 bis 2026, wo die Schätzungen aufhören, sollen sie ihre Gewinne im Schnitt um 9,25 Prozent pro Jahr steigern. Und das finde ich sehr, sehr viel, muss ich tatsächlich sagen. Aber ihre Produkte, die müssen immer mal erneuert werden, dann rufst du da wieder an bei deinem Nischenspezialist. Also ich glaube, ja, Rauch und Feuermelder wird es immer geben. Und auch nach verschiedene andere Sachen. Ja, das ist ja gerade das Thema Sicherheit hat alleine 20 Unternehmen. Wenn man die Webseite mal aufschaut, anschaut, hat man hier alleine schon unter dem Stichwort Sicherheit, sind hier 20 Tochterfirmen, die im Prinzip sich nur um sowas kümmern. Also Maschinensicherheit, sichere Lagerung, Feuermelder, Personen- und Fahrzeugfluss, Brandbekämpfung und so weiter und so fort. Dann geht es weiter mit Umwelt und Analyse. Und auch da hat man wirklich einige Unternehmen noch im Portfolio. Gesundheitspflege, auch da eine schöne Reihe. Also das ist, wie du schon sagst, ein Konglomerat. Ein Unternehmen, das sehr breit aufgestellt ist und deswegen natürlich auch eine gewisse Robustheit mitbringt und deswegen auch sehr erfolgreich läuft. Wenn gleich die Aktie, du hast schon schön gesagt, auch runtergekommen ist, könnte eine Chance sein. Ja, durchaus. Charttechnisch wäre ich zwar vorsichtig, aber fundamental oder auch von der Logik des Unternehmens heraus, würde ich sagen, coole Geschichte. Schönes mitgebrachtes nochmal für alle. Halmer PLC. Wer Halmer bei Google eingibt, bekommt das Brettspiel. Genau so sieht es aus. Deswegen PLC noch dahinter. Quartalszahlen gibt es sicherlich nächste Woche auch, lieber Marcel. Ja, die gibt es. Deswegen erleuchte uns doch mal. Talangs wird berichten. Am Montag, Tyson Foods wird dabei sein, Henry Schein. Es wird Zahlen geben. Am Abend noch, Montagabend in Carvis. Sicherlich der eine oder andere auch noch investiert. Dienstag gibt es Zahlen von The Home Depot, RWE Z Limited, Imperial Brands für den ein oder anderen Dividenden. Jäger On Running ist mit dabei. Am Mittwoch die Zahlen von Tencent, Infineon, JDI.com, also die Chinesen werden auch die Bücher öffnen. Siemens Energy wird die nächste Kanone rauslassen. Ich bin gespannt. Cisco Systems, Palo Alto wird auch am Mittwochabend noch die Zahlen offenlegen. Donnerstag Walmart, Alibaba, Siemens, NetEase und dann auch Halma schon. Im Übrigen, also am Donnerstag wird es auch da spannend. Am Donnerstagabend Applied Materials. Es wird Zahlen geben von Dolby unter anderem und am Freitag noch ein paar kleinere Unternehmen und natürlich Generali, um noch ein großes zu nennen. Es gibt doch sicherlich Dividenden, Philipp. Du kersterst. Ja, sicher, sicher. Am Montag Air Products brutal runtergekommen. Könnte hier eine Chance sein, müsste man sich vielleicht mal näher mit beschäftigen. Am Dienstag Texas Instrument. Am Mittwoch Procter & Gamble, Abbott, Appway, Accenture, Morgan Stanley, Colgate, Realty Incomer wieder. Aeon wird bezahlen. Dann GE Helfka, Kinder Morgen, Hormel Fuß, H&M, A.O. Smith, also hier ist einiges mit dabei, Hasbro. Am Donnerstag haben wir Vinci, wir haben Apple und am Freitag Costco, Constellation Brands, Baker Hutchins, also hier ist eigentlich auch wieder für jeden etwas dabei. Philipp, wer es noch nicht gemacht hat, wenn man Air Products noch nicht gekauft hat, kann man es durchaus machen. Also wirklich eine schöne Chance. Cooles Unternehmen. Ja, und eine schöne Chance. Wie gesagt, ist eine schöne Chance, kann man langfristig einfach nur mitnehmen, diese Chance. Ich bedanke mich bei dir, lieber Marcel. Tito. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche wieder einen kleinen Teaser, wir haben uns ja schon darauf geeinigt, wir sprechen darüber, was vier Fondsmanager gemeinsam haben und wie sie ihren Markt auch schlagen. Spannende Sachen dabei, paar Learnings und jetzt würde ich sagen, machen wir eine Decke drauf und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienpartys und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.